Läuft das Ding? Ich hab'n Chrono-Beschleuniger gebaut. Da ist das doch'n Klacks. An alle Agenten von O... An alle Agenten von Overwatch. Oh, gleich noch mal. An die ehemaligen Agenten von Overwatch. Hier ist Winston. Wer auch sonst. Vor 30 Jahren begann der Aufstand der Omnix. Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg, bis sie sich an eine kleine Gruppe von Helden wandten. Overwatch wurde ins Leben gerufen, um die Menschheit aus der Omnix-Krise zu befreien. Für sie wurden wir zu nie dagewesenen Champions des Friedens und Fortschritts. Ihr wurdet gerufen, weil ihr Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die euch zu... Ihr kamt, weil ihr... Warum erzähl' ich euch das? Okay. Die Menschen dachten, dass sie besser ohne uns dran wären. Sie schimpften uns Kriminelle. Sie entsleiten sogar unsere Familie. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Wir können wieder etwas bewirken. Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? So, wir sind schon bei Overwatch! Mit dabei sind diesmal... Sorensas. Der ist gerade nicht da. Aber der ist in der Party, aber nicht das Match dabei. Dann haben wir einen Beinemann. Hallo! Und mit mir Matze. Die machen Lusiball! Also der Beinemann und ich machen wieder Lusiball. Und wo der Sorensas ist, der macht 3 gegen 3. Aber der muss gleich auch dann noch auf die Zone stoßen. Oder nicht? Ich gehe jetzt nicht ins Tor. Ja, ich bin... Ich bin so hinten... So hinten vorne. Hey, du blöde Kuh! Einfach meiner! Ich bin im Tor! Hast du so einen Anfangsskin von ihm? Ich? 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 Ja, hier sind die gewöhnlichen, ne? Hast du? Ähm... Ich habe mehrere. Ich habe das Ding genommen, weil ich den anderen nur irgendwie... Ich bin da schon toll. Du kannst schon nach vorne gehen. Ich habe den Winterskin ausgerüstet. Und dann habe ich auch diesen goldenen, aber... Ne. Schmeiß mal ja! Hey! Den hast du, oder? Oh! Schieß! 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 Lass! Äh! érique Den habe ich. 아니� 아니� wat war jetzt aber kommt auch dann kommt eine mit high speed ich kann das noch nicht dieses halten so in der luft das kann ich noch nicht so gut ich war kurz vor master was ich dachte wenn man kann ein tor jetzt der ist mal hochhalten wir haben aber wirklich mal letzte match was wir geschafft haben war über eine minute kein einziges tor kein einziges ha verdammt wo ist er? das war ein eigentor überhaupt nicht das ist wieder ein scheiß hallo du blödkopf das war das wieder okay das erste tor war er meine auch meine körper aber das ist ein wenn er aber keinen bock auf torwart hat dann soll er vielleicht irgendwie so herkommen und sagt er soll hinterkommen irgendwie so da komm ich jetzt uns zwei wieder und du bist ja vorne er kriegt doch kein nein wie viele abonnenten hast du jetzt eigentlich? 13 ich hatte einmal 14 glaube ich 15 auch mal kopf aber wo ist der hin? fame okay tschüssi tschau alter alter was ich habe nicht gesehen wo der ball ist bin ich hin so hin aber oh schick toll ich bin tor und er geht rein er geht er geht ich dachte danke doch nicht das war das für eine parade bitteschön er geht äh schon noch ein tor aber in der letzten sekunde die ruhig das war das wo ich nicht aufgepasst habe oder eigentlich gar nicht finde ich nicht ja gut dann machen wir wieder Medici verlasse die als die Gruppe die und wir schauen noch mal irgendwie einladen können warum dann den haben wir denn wie machst du das eigentlich mit den intros und ja machst das über eine playstation oder wie machst du das playstation da gibt es so am schluss kommt doch immer eigentlich das oder mit dem trink kommt immer das so das chef factory und das ist auch gleichzeitig das da wo ich es bearbeitet und hat die einladen die sind zu sechs haben im Moment nicht so gerne richtig gerne erinnern ich weiß warum es fehlt mir noch ein vierfach kill mit der also muss jemand nana boosten der dann vierfach kill macht und dann krieg ich noch ein Erfolg ok ich muss sagen wir werden jetzt mal die Wunde oder ja ok das war's dann auch wieder für diese Folge Jonses hat uns schon wieder verabschiedet und übrigens hatten auch beide Mann und nicht und wir sagten es aber beide auf Wiedersehen das war's und bis demnächst also dann bye bye ja ja